Heute war ein bisschen doergezockt. Ein bisschen weggeschwitzig, ne? Aha. Ah, was war das? Ich bin so mit meinem Knie gerade krr... So krr... Das macht mir zu weh. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auch wenn mir gerade noch keiner zuguckt, falls jemand noch irgendwie nochmal in den Stream kommt und nochmal zurückspult, welchen Skin ich mir noch kaufen soll. Aber ich glaube, man schreibt irgendeinen, weil... Hol Wolli-Meisterin. Die hab ich auch. Das Maul. Hast du eben auch gesagt, dass du dir die kaufen willst. Wenn du dir Takara holst, ne? Ich werd nicht mehr mit dir spielen. Das ist der hessigste Genehnis, das war. Nein, geht. Mir guckt direkt einer zu. Auf R. Nein. Moin. Ach, der Daniel legt mich ein. Er hat was reingeschrieben. Kommentare. Ach, der Mathieu. Lass mal direkt ein Abo da. Auf R. Sorry, dass die ganze Zeit dieses Blaue kommt. Ich hab ein bisschen Störung. Du weißt. Digga, alles Nosekins. Alles Nosekins. Digga, er ist halt ein Nosekill-Lobby, Alter. Er hat wieder was reingeschrieben. Ja, genau. Okay. Ähm, wohin wollen wir es heute? Aber hast du, like, da gelassen? Bro, äh, Mathieu, spam mal. Spam mal, bis wir 1.000 Kommentare haben. Komm, wie los. Er hat wieder was geschrieben. Er hat geliked. Ich hab ein bisschen Platz zu. Oh, fuck, ehrlich. Na, hä, nein. Doch, das geht auf den Speicherplatz, natürlich. Ist mir egal. Ich hab 1.000 Terra, ey. Ey, das iPhone 1. Ich hab ein besseres Handy, äh. Ja, wahrscheinlich. Na klar, hab ich ein besseres Handy dazu. Welches? iPhone 7. Ja, ich hab ein Samsung 6.9+. Machst du nicht? Doch, hab ich. Machst du nicht, kann er lieben. Was soll ich mal meine Mutter holen? Hol sie. Mom? Kommt gleich. Er spammt halt, ehrlich, warte. Hallo, 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 ja, ja, hallo, hallo. Mathieu, es wird auch bald ein neues Video hochkommen. Bei mir ist einer, bei mir ist einer. Ja, Bro, dann hol ihn. Das sag ich immer, wenn einer sagt, dass ein Gegner sind. Das ist ein Gegner. Da hat meine Naves kommen halt so scheiße. Mathieu, jetzt siehst du mein AIM OK? Scheiße, wie sonst was? Das mache ich hab besseres, immer zu. Aber was ist gleich gelästet von oben? Oben Blue House ist einer. Warte. Ah, jetzt. Mathieu, du hast nicht gesehen. Digga, wer ist denn Mathieu? Ist das ein Randy oder kennst du den? Nein, den kenn ich. Einer aus meiner Klasse. Bro, komm mal hier rein. Ja, Digga, sie haben alles Shotgun. Ich hab nix. Er schießt nicht. Stark, Bro. Unten. Es kommt aber gleich noch einer. Ja, guck mal, wie er finished. Stark, Bro. Hinter dir. Da ist, da ist. Rein, Bagger, Digga. Ah, nein. Mathieu, wurde erst mal, äh, Dings. Nicht gebannt, sondern. 30 HP. Warum trinke ich auch ein Mini? Ich wollte den Mate finishen, dann hätte ich ihn easy. Der Beat geht, bam, 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 bam. Beste Ware, außer dem Sodom. Easy, easy. Haram, haram. Ich will mich essen, äh. Ich weiß nicht, ob ich mir den kaufen soll. Also ich finde ihn nicht geil. Ah ja, der erste kriegt mir zu. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie du heißt. Ich will das in mich. Wetten, Xbox-Spieler. Nee, sag jetzt nicht mal Tschüss in dein Schwingelgang. Ach, Digga, wieder nur Zuschauer. ha ha ich habe ein der guck auf manche geliked hat ja ich bin ehrenlos ich bleibe ich bin selber ich bin ehrenlos ich bleibe ich bin selber was ist mit ihren lusen tun wollen wir wieder wollen wir mal Tilted weil Tilted liege ich fast nie ich bin mit du ja das Tilted auseinandernehmen mach ich was machst du wenn ich jetzt 10 Kids in Tilted mach Fälle geben mach ich schreib mal ist er überhaupt noch in meinem stream nö ehrenlos wer ist das kenne ich den Junge das ist ein Xbox Spieler Lack Lack Ey er hat ich habe Letcher als Freund ne Bro du bist ganz weit weg von mir nee kannst du zu mir kommen warum warum äh weil bei mir ein Gegner ist ja ich brauch erstmal Schilf und dann komme ich kommst du doch einfach zu mir ich hab einen da ist einer ich hab einen Einer auch ich bin ich bin ich hab Tommy gone AAH MAMA kleiner Finish ja ist auch sein erster Kill gewesen ist auch sein erster Kill gewesen dazu 10 Dilted Dilted macht den hier hat sie trotzdem Hortis von der Karte und Wils ja trotzdem noch schnell weil wenn dann gegen 1 kannst du die nicht zu easy holen Gutes aim, xd. xd ist gute aim. Ich bin mal besser als mein stilles Medi. Stress mich nicht. 7? Ja? Ich muss mein Medi-Kit kennen, sorry. Dieses Geräusch nervt, wie wenn die Kugler da oben rumfliegen. Schade, dass man die Staaten noch nicht abbauen kann. Schade, die gibt direkt full. Junge, geh mal jetzt jemand mich beleben. Kannst du mir eine Waffe von dir geben? Ja, Mann. Ich werde alle wegbacken. Wollen wir gleich doofen, Scott? Kommen wir. Ja. Aber aus dem Tresor, weil da ist normale Pump. Ich hab noch was für dich, komm her. Juri schon, ohhh, ja, 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 ja. Ja, du Kugler nervt mich übel. Wollen wir Kugler nehmen? ja und macht egal ich ja ach nee Kappa Kappa habe ich geflickt oder auch noch sehr leise obwohl du mich einmal geholt hast das möchte ich auch sagen ja guck scheiße er sagt Glück ich hab so die Gleim gehabt schon wieder ja ich hab hier brauchen ich hab mir nie ja ich gut hier gerade noch das Haus ich brauche mehr Waffen ja ach Digga bei mir liegen auch Minis dann nimm einen mit bevor Kappa Digga hier war sogar einer drin es was ist das für eine Waffe Digga R Minigun Lass mal auf Windstück gehen ok ja Achne ich bin hat die Texte ich gehe Petra Petra an Atman und um Mörner von klar aber Wettbeide und hier sind Fortbeid Das brauche ich. Indem du das Emo Tomatenkopf in Dürrburger einsetzt. Hä, wie? Alter, ich werde mir jetzt mal zu schieben. Soll ich da jetzt Tomate hinwerfen, oder was? Jungs, sorry. Ciao. Ach, dick, ey. Ich meine Tomate. Spam, 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 spam. Ich werde jetzt gesnaped. Wo ist das? Ich habe mir 5 Tomate abhängen. Bin ich zu Benert, oder wie macht man das? Tschö. Ach, halt mal. Ja, Tono kommt. Gegner. Ja, ich gebe so. Von mir ist ein Gegner, aber hab ihn. Oh mein, nein. Nein. Er ist von Zone verreckt. Du kleiner. Er hat RPG. Heavy Sniper. Ist mir egal, ich packe jetzt den Dings weg. Ja. Ja. Ach, halt Smallwood. gut Gateode rein. Big shit. 3 Big shit. Gib mal bitte. Gib mal bitte 2. Ja, ja, ja. Ey, Kollege! Gib mal RPG-Money. Ich hab auch nur zwei, sorry. Komm mal her. Gib mal RPG. Gib mal bitte RPG. Nein. Ich hab den größten Drecksflut. Achso, ich hab eh schon voll die lelle Sonne. Na, weil ich hab ne richtig gute Taktik. Ich schiesse RPG, wenn er nah an der Wand ist vom Gegner, schiesse ich mit Heavy-Sniper auf und hab Easy-Kidig, ja. Können wir aber auch zu zweit machen. Hab was für Waffe machst du? Ja, die. Bock doch. Du bist ne bessere AR als ich. Na, was ja und? Bist du jetzt frech oder warst du nicht? Ja. Mann, hast du den Lootab noch ganz heute? Ich würd sagen, nee, oder? Doch, 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 lass machen, Digga. Nein, guck mal Zone. Ist mir scheißegal. Zone ist zu schnell. Egal, wir landen da eh, deswegen. Ja, der Loot da drin gehört mir. Ich öffne aber. Oh, danke für deine AR. Jeder fährt alleine. Man kann nicht drauf. Man kann nicht auf die Dings drauf. Ey, warum macht meine PC sauge? Warte mal kurz, ich guck mal kurz auf. Irgendein Update. Ey, 100 dran. Ja, ich kann nix mehr machen. Ein 50er ping durchgängig ein 100er, ein 11er, 100er, ein 80er. Ja. Falls es irgendwelche Leute interessiert, ähm, ich spiel' Kamo-Settings. Also, ich editier' auf Viereck. Und ja, also, ich spiel' die neuen 2019-Settings von hinten. Das kannst du von hinten schneiden. 150er! Wie viele Meter wär' das gewesen? Ja! Allahuegbe. Was? Ach, Diggaaaa. Hab einen. Der andere Wandelt. Ja, ich hol' ihn von der Seite. Danke, dass du mich runterschießt. Soll' ich euch runterballern? Das ist der größte Tryhard. Harwin, Diggaaaa. Was ist das für ein Tryhard gewesen? Was? 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 Auffassend! Da snipen doch welche. Hills? Zwei, drei Hills. Drei Hills. Komm mal gepusht, komm mal gepusht. Ja, wie? Ich kann nur... Ich muss gehen. Einrauen. Habe ihn. Und er gönnt sich den gut. Gib mir den goldenen Raketenwerfer. Danke. Dann haben wir beide Raketenwerfer. Hast du Metz? Schon gar nix. Super. Bro, Digga, er wollte auf Jumphead, aber kann nicht. Komm, Jolli. Da. Bin ich dumm, oder bin... Habe ihn? Digga, wehe. Wir werden jetzt gesprayt. Woh? 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 Hatte der irgendein Jumper, dass du schneller kommst? Nein, Bro. Nein. Ja, Digga. Ich kann dich auch nicht mehr heilen. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Ja, GGs. Ja, war eine geile Runde. Und geile Kills. Ich spiele einfach auf den Sieg. Du wurdest vorne, ja. Jungen Kills. Ich habe sechs. 13. Wenn man keinen Eimer hat, ist es Bock nicht, ne? Geh mal nach rechts. Da hin, ja, da hin. Nein, nein, links. Bisschen links. Da gab es doch Dings. Ja, da gab es Palettis. Und noch eine Kiste. Und hier unten gibt es doch Dings. Hier unten gibt es doch Riftzimmer. Oder nicht? Nein, der Rift ist doch quasi weggemacht. Ich werde jetzt das Rundhau gefallen. Was ist, wenn den Controller alle wäre? Dann wäre ich tot. Hol noch meine Karte. Fünf Sekunden, komm, schaffst du noch safe. Ah, ja. Ja, Digga, deine Metzen gleich so weg, ne? Soll ich Whisky machen? Das war so unnötig, dieser RPG-Show-Singer. Ich verpiss mich. Hau rein, Jungs. Du bist so... Geh die pushen. Handel mit deinem RPG, also du bist RPG. Der ist so low. Komm, bro, finish. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wenn er keine Muni mehr hat, Dings. Du ehrenloser, Digga. Bro, geh, Digga, der ist... RPG, RPG, RPG. Mach auf Dings. Ich bin Shona. Ich bin Shona. Ich bin Shona, bei dir. Wo ist der Typ? Das hinter dir ist nicht deins, ja. Ach, ich bin Shona. Ach, ich bin Shona. Ach, ich bin Shona. Schieß da rein, schieß da rein. Schieß... Oh, oh, nein, Bro. Also, ich dachte, der hat da... Ach, ja, mein. Digga, wenn du denkst, sind das die letzten da oben. Pull ihn easy mit RPG, Digga. Ich will hier unten in den Container. Aber wenn die wisst, dass du da bist, ne? Oh, 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 oh. Du musst editieren, du musst editieren. Nein! Ey, Digga, tanz doch. Für deine Mutter. das arena runde roo mann redeplay ist so richtig ich hätte es redeplay mitnehmen sollen oh ja endlich bin ich weg und pass weiter wo ist das nein für welchen tanz er den hier da oh ne was balltricks dann hol dir den doch findest du den geil ja komm das heißt ich der beste im mod aber mein 15.000 euro account ok mach 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 hast du immer noch was tun Junge, zeig doch jetzt bitte einfach deine Ding-Skins. Ich? Nicht du, Standard-Skill. Standard-Skill hat Rending a Trader. Scheiß. Er ist ein kleiner Angeber. Ja, danke. Aber ich fand das übelst unverdienend. Oh no, I have my Handy. Naja, Standard-Skill ist jetzt nicht so. Oh no. 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 Wieso bin ich wieder Tätelzugang? Eben haben wir auch Tätel-Hubs genommen. Ey, um 13 Uhr gehe ich auf. Ja. Bist du da noch an? Wann? Um 13 Uhr. Ja. Ich muss dann aber in der Stunde von meiner Armut. Oma und dann penne ich bei dir alles. Mein Gott, ich hab noch nie bei meiner Oma gepennt. Hä? Ich hab noch nie bei meiner Oma gepennt. Ja, Digga. Was heißt Pennen? Ich, ähm, penne mit meiner Cousine in ein Zimmer und da werden wir wahrscheinlich die ganze Nacht TikTok gucken. Ohhhh. Und macht ihr da auch noch was anderes? Ja. Auch wenn es seine Cousine ist. Sie hat ja gesagt, 3 Uhr ist immer die Geisterstunde und sie wurde schon mal um 3 angerufen. Ich weiß, wo wir, das war genau wo wir über Momo gesprochen haben. Dann bist du da, hast du das auch schon gesagt. Ey fuck, wir wollten aus dem Tresor spielen. Nein, wir machen also Windstreet. Aber trotzdem, aus dem Tresor können wir die auch, oder ne, geil. Weil aus dem Tresor gibt's Pump und so. Ja, Digga, hier gibt's auch Pump. Ja, die scheiß Pump. Digga, ich hab nur Schild in meinem Inventar. Ich hab ne Jack, Jack, ne Minion, ne Tommy. Dazu und nur Schild. Ja Digga, aber ich könnt... Ach, Digga. Ich hab... What? Komm bitte schnell. Er pusht! Er pusht! Er pusht! Er pusht! Nein, hier liegt ne Tech. Er pusht! Ich kann mir grad jocken, oder guck auf meine Leben. Mit's Maul. Du sagst er pusht, wo ist er denn? Er ist da hinten. So, das ist übers blau. Ich hab's mal geschlagen. Ich hab's noch ein bisschen. Ich hab's noch ein bisschen. Guck mal. Ach, Digga! Jetzt kommt der Raven mich von hinten pushen. Farbbomba, One-Shot? Hab Bock nicht, ne? Bei mir oder bei mir? Ich musste den Finishing. Ich hab so angestammt! Digga, er war auf 1 HP. Ey, Bro, digga, das werde ich hochladen. Diesen Kill, digga. Diesen Kill. Ich hab auch einen Minis und Medikids. Und was mit deinem Slurp? Hä, was? Du hattest doch einen Slurp, oder nicht? Chak, chak. Vorhin hast du aber gesagt, Chak, chak, Slurp und ne Tommy Gun. Nein, Minis. Nein. Ich hab gesagt einen Minis. Ich guck jetzt in meinen Stream, ist mir egal. Warum wurde das nicht aufgenommen? Einsam? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Da war ein Cut einfach von einmal. Weil ich was beleidigt habe. Das hat nichts damit zu tun. Hast du nicht deine Beleidigung raus? Ach, als es mal wieder John Wick ausgegangen ist, dann hab ich immer was gesagt. Sehr ehrenlose. Ich hab gesagt, ich geh jetzt dahinter. Oh, dahinter. Ich fühl's in eine Molta. Dahinter. Ich hab nicht mal annähernden 200 aus dem Ding bekommen. Ich hab nur 85. Ich hab nur 85. Haha. Haha. Ah ja, Dicker. Es hat sich gelohnt, hierher zu gehen. Punk ist auch da. Ich hab nur ein Foto. Ich schaue dich auf ein bisschen weiter mit deinem Ding. Schau, wie wir hier? In meiner Hose? Kappa. So wie wir hier so einen Juck-Juck. die um ein Handy lag oben bei meiner Oma und du rufst mich einfach an, Decker Tür, Ellie, hier ist mir egal ich will direkt das Handy weg, da stand irgendwas mit 7PS4 weil dann war es mit PS4 stand, ne? ja, ich hab dich eingespeichert als diesen PS4 schön und ich dich als Hohen, alles gut Halt's Maul ich dachte, deine Mom kommt hoch und sagt, ja, äh, mein Sohn hat eine S9 Plus ich hab wirklich eine S9 Plus Kappador 500 IQ Boom ah fuck ich fahr mit dem Quatsch und dann mach ich den Move von dir dass ich mich reiße ist mir egal egal ist mir egal 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 keine Arbeit ist mir egal, hast vier Regeln ist mir egal ist mir egal egal einmal ich fahr mit dem ich fahr mit dem ich fahr mit dem der ich fahr mit dem und dann setzte du vielleicht und sagt ihr so gut wenn meine wenn man so in die Waffen wieder zurück doch ich schloss meine Mutter hier liegt einfach eine Minigun in Gold guck mal was ich markiere oh guck mal was ich markiere guck mal was ich markiere ja hab schon gesehen Ehre willst du die nicht haben? ja doch ich komm doch ok dann nehm ich die ist noch ein Rift da nein natürlich nicht dann gehen wir auf SkyBase das war auch in die Charts pass auf hier kommt deine Mutter eh oh eh oh eh 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 Juni schon eh 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 Daniel der Hohnsohn aber ich lass ihn mal kurz hin aber was dann trotzdem zerfick ich ihn in den Fortnite Daniel wenn du das siehst Daniel du bist schlecht im Fortnite wenn du mein Stream guckst und jetzt kommt er in die Party rein nein geht ja nicht und außerdem heißt er im Stream du bist Duel Duel du bist Duel ja hab ich gesagt dass ich mit ihm spielen will ja nein Chapea And I say bitch lasagna y'all no mother was long arm and I'm a fuck the toner And you say bitch lasagna bitch lasagna bitch does on you tc Broke up amir Junge, wo bist du? Der kommt zu dir in die Richtung. Auf den Quad. Auf den Quad, der fährt hier. Wollah, Habibi. Tegel hit. Tegel, wieviel Traps hat der Kalakka? Aua! Ja komm, finish. Hinter dir. Bro, belebe mich einfach, Durek. Durek beleben! Und du musst ihn ficken, ficken, ficken. Mann, warum belebst du mich nicht? Merke ich mir, du Hornsong. Er holt ja nicht mal mehr meine Karte. Ja, Dicker! Guck mal meine Pampoon an! Ja, seh ich nicht. Ach der ja, kleiner Abstauber. Ach, er hat nicht mal einen Kill dafür bekommen. Du hast ja nicht mal einen Kill. Iconic, oder? Ja. Doch, Iconic. Ja, hab ich doch gesagt. Der ist schlecht. Ich hab einfach nix mehr mit meiner Degel getroffen. Jo, es war nur wieder wie... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab auch nix mehr mit meiner Degel getroffen. Also, er schießt... Also, es ist egal wenn er runter schießt. Du bist doch kleiner Reply. Ach, du musst aber meine Dings holen. Guck mal, das ist ja nicht. Sehr gut, das ist ja auch schon mal. Sehr gut, das ist ja nicht. Wannsson. Er holt sich doch die Dings. Du fehlter Ohrenhund! Natürlich war das Iconi! Hab ich doch gesagt! Dann baue mich ein Zwei Ich hab schon genug Videos gemacht Auf jeden Fall, ich beende erst in Livestream!